ja ich hoffe die macht ist euch wohlgesinnt auch wenn die nicht wirklich eine parteiische meinung hat hallo willkommen zurück letzte folge war ja mal so richtig intensiv alt ja wir haben einen neuen schwertkämpfer kennengelernt einen mit zwei lichtschwertern trainingstruiden und eine neue druidensorte und zwar diese hier befragungstruiden die einen vergiften keine ahnung was wir machen benebeln vergiften und benebeln genau also giftiges alkohol injizieren sozusagen kontrollpunkt hey ich weiß echt nicht wie lange noch das level dauert aber kanan meinte er kommt ja gleich zu uns braucht man dafür wirklich ein fahrstuhl hätte man nicht einfach eine truppe bauen können okay es gibt hier so viele neue gegner also was wollte ich sagen hüpfelte machtalbender schützen okay das level das hat viele überraschungen und sehr viel unterhaltung machtalbender schützt dankeschön starbos danke youtube altruist muss ich sehe dich oh warte mal was passiert wenn ich boah ok 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 moment mal ok das geht scheinbar nicht okay das wollte ich für die wissenschaft das wollte ich kurz klar stellen wenn er zurück wenn er mit der macht zurück zurück schmeißt zurück lenkt kann ich nicht mit der macht zurück zurück lenken ok wie ich schlusslich so da liege so im kreuz gut boah so viel spaß wo bist du hin das ist der nahrung? wo ist der zweite? hey es waren doch Zeiten euch hey wo ist der andere? ich glaube ich höre ein hübscher. genau da ist er. komm her du sie haben keine chance sie haben keine chance bald kommst du nicht stopp boah wie geschickt er ausweichen kann ne okay wisst du was so wer wäre damit jetzt gegessen? jetzt kommt der hier la 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 ha 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 ich bin böse ha ha ich komme aus weiß Russland ha 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 so wie jetzt sieht ha 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 Wodkapill mir hier ha ha komm raus Heidrich was? hat er überlebt oder war das? keine ahnung hm da machte jemand weiter nicht sonderlich da machte jemand weiter nicht sonderlich du bist ja gut doppelt gemoppelt ne oh das wollte ich nicht du bist ja du bist kompetent ach man time out time out time out ja 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 das war's das war's das war's sehr actionreiche Folge äh sehr actionreiche Folge äh sehr actionreiche so der Säureregen hat scheinbar aufgehört oder der hat dort unten alles beflutet keine ahnung so schauen wir uns mal diesen stein an was ist das denn hier ach das ist eine Wälderstatue ich dachte das ist irgendeine Art Obelisk oder keine ahnung oh okay hoch oh 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 warte mal wow oh wie cool ist das denn voll nice okay 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 ich wusste gar nicht dass ich sowas kann gut ich will mich einfach halt nach oben hä oh wow ich lerne neue Tricks in diesem Level wenn ich so hier mache ne voll cool ach manu geil voll cool ach munition jubo voll cool aber so richtig ne wow seitlich knapp über dem Boden an der Wand laufen cool gut weiter gehts natürlich da ist noch einer natürlich da ist noch einer wieder so ein röchner russer russer nicht äh hey du bist du fühlst du sie casual wie gut bist du die Welt hä aaaah ey ey oh du bist äh doch sehe ich ja jetzt darfst du bist Lichtschwerttypen sollte man nicht rumalbern ja das habe ich nicht mehr so erwartet ich glaube schon ich bin genug kompetent und was du bist denn wirklich stehe he da da aha jawoll wie heißt diese schwertkampf dieser schwertschwung schwertkampfschwung keine ahnung voll cool ich speichere mal noch mal kann ich eigentlich einen schiff hier die leben aussaugen das leben aussaugen ich wusste gar nicht dass der raum so groß ist wie viel zeit ihr denn noch hier ach kommt leute wie was hast du angst vor mir nein respekt ey 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 alter alter was was oh mein gott was ja jetzt siehst du aus wie so ein samurai und wie so ninja ja ahaha boah was alter alter oi 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 nein ich hätte speichern sollen ach ne habe ich doch alter oi 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 heilige barriere und ich habe nur ein licht schwarz weißt du was hast du gemacht ok ich dachte du wärst meine herausforderung man merkt schon ich bin in diesem schwertkampfstil nicht trainiert alter das ist kein boss wenn ich dann als multiplayer denke wenn die spieler mit doppelgeschwerte rumlaufen werden alter ich habe dazugelernt ich weiß wo du bist ich weiß wo du wohnst ich weiß wo du wohnst ich weiß nicht warum Qui-Gon Jinn gestorben ist ich meine wenn ich schon dreimal hintereinander sterbe oh habe ich ihn ja geil alter Finne das war bisher der stärkste Gegner überhaupt boah speichern speichern boah aber ist doch richtig ui 14 minuten ich würde sagen das war es für diese Folge oder ja danke fürs zuschauen mögt ihr macht müsst euch sein und mögt ihr in eurem alltag nicht solche verdammt starken äh schwertkampfschwertkünstler äh schwertkampfkünstler äh meine gute äh äh treffen begegnen bekämpfen müssen was auch immer tschüss und danke mit zuschauern äh danke mit zuschauern was ist los mit mir ich bin so verpeilt boah boah dieser Sif hat mir das Gehirn äh durchwaschen keine ahnung tschüss äh 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 äh